So meine Freunde, einmal den Elgato-Arm hier auspacken. So meine Freunde, einmal den Elgato-Arm hier auspacken. So meine Freunde, einmal den Elgato-Arm hier auspacken. So, Anleitung. Gucken wir mal. Ohrbeiteil. Alles in der Seite. 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 Ahhhh So... Ich habe es schon mal ausgebaut. Ist eigentlich easy. Hier Zwindeck und Mikrofon. Ich darf nicht ziehen. Ich darf einfach das Seen-Dekkenner. Wenn ich es nicht raus haben will. Jetzt mische ich einfach mal. Einmal Zwindeckmini und einmal das Mikrofon. Von EGADOR. Der Valve 3. Das habe ich hier. Krassiges Produkt. Die Verpackung meine Freunde. Ich muss auch mal gucken. Hier ist ein Kleber. Sow. So, Einmal auf die Seite. Hier mal gucken. Anleitungen ist ja klar und zufällig, ist ja logisch. Das ist ja eigentlich selbst Opeanen eigentlich. Was haben wir hier drin? Hier ist schon mal das Kabel. So ein Gewinde, glaube ich, dass man das an den... Kann es gut sein, dass du irgendwo festmachen kannst. Geil. Einmal das Stromkabel. Ein USB-C auf USB-C auf USB-C oder USB-C oder USB-C oder USB-C oder USB-C. Ja, eine typische Brauchsanleitung hier. Ja. So. Und hier habe ich ein Mikrofon drin. Hier. So. Dankeschön. So. Dankeschön. Ich habe den Standardfuß. Malerweise so kommt. Aber ich habe ja schon mal hier diesen Arm da hinten. Ich habe keine Ahnung mehr vor. Oh ja. Dann habe ich hier noch ein anderes Lippeet, da ist mir der Putzschutz drin. Das braucht man ja auch, dass das schon besser ist, besser diese P-Leute da. Das ist der Putzschutz von der Gator. Die habe ich mir auch geholt. Diese Spinde habe ich noch nicht geholt, die man dann auch noch kaufen kann. Mal gucken wir mal, ob das auch klappt. Glaub ich auch ohne dieses Ding. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Ja, das ist so gut. Das ist ja typische Anleitungen, die sehen wir. Das ist mir nicht der Potschoß-Fee-Mikrofon, dass man drüber stimmen kann. Jetzt noch das Wien-Deck-Mini. Das war ja dieses Bündel da. Das Mikrofon und das Three-Deck-Mini. Mac und Windows. Das Wien-Deck-Mini ist schon geil. Das Wien-Deck-Mini. Das Wien-Deck-Mini. Das Wien-Deck-Mini. Das war ja jetzt. Überhaupt stramm. Hier eine Anleitung. Und noch eine Anleitung. Das Wien-Deck-Mini. Das Wien-Deck-Mini. Das Wien-Deck-Mini. Das Wien-Deck-Mini. Das Wien-Deck-Mini. Und das war's meine Freunde. Peace auch rein meine Freunde. Das sind die Begriffe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.